Nadel lässt Auftritte platzen und stößt ihren Millionär damit schon wieder vor den Kopf. Angst attacken, Weinkrämpfe, die Aussicht auf einer Partybühne am Ballermann zu stehen, bringt Nadja Avedel-Farag an ihre Grenzen. Ihr Schlager-Comeback auf Mallorca ist geplatzt. Nadja Avedel-Farag kann nicht mehr. Mit Millionär Andreas Ellermann begeisterte Nadja Avedel noch vor wenigen Wochen beim Schlagerhammer in Berlin und auf dem Hamburger Schlager-Move die Massen. Zusammen sangen sie Klassiker wie Fiesta Mexicana oder Ich bin verliebt in die Liebe und sorgten für Stimmung. Nadja schien Spaß zu haben und wirkte so, als habe sie sich nach langer Zeit der Krise endlich wieder gefangen. Nun wollte Gönner Ellermann den nächsten Schritt mit ihr wagen. Auftritte auf Mallorca, unter anderem am Ballermann und in Krümelsstadel in Pagera, waren bereits gebucht. Doch in letzter Sekunde sagte Nadel ab. Kurz vorm Abflug auf die Sonneninsel erlitt sie einen Zusammenbruch. Der Gedanke, wieder vor angetrunkenen Touristen auf der Bühne zu stehen. Weckte schlimme Erinnerungen. Ich habe das ja fast vier Jahre mitgemacht auf Mallorca. Ich war von Anfang an nicht begeistert von der Idee, sagt sie. Die Zeit damals sei Stress pur für sie gewesen. Mal bin ich erst um 1.30 Uhr nachts aufgetreten. Das möchte sie nicht wieder erleben. Ich finde sie nicht wirklich ein Video. Gott ist in der Schule. Untertitelung des ZDF, 2020